Was ist hier im Boot? Ich weiß, ich bin auf dem Schiff, aber ich brauche Boots, ein kleines. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein! Ich bin hier. In Ägypten scheint es ja doch mehr Wasser zu geben, als ich gedacht habe, wenn man so viel schwimmen muss. Obwohl so mittendrin ist ja auch viel Lüster eigentlich. Aber es gibt doch viele Orte, wo es noch Wasser gibt. Was ist das eigentlich für ein Fluss? Was ist das denn, Neil? Scheinbar, sowieso jetzt nicht. Danke für euren Schatz. Oh Gott, jetzt schießt du schon wieder. So, als nächstes gilt es da rüber. Was? Hey, was? Alter, da unten sitzt einer oder was? Tatsache. Loll. Hilfe! Fahrt mit euch Kinder des Sobek! Kehrt zum Meer des Chaos zurück! Was machst du hier oben? Ihr seid hier hochgeklettert? Amun verlieh seinem Diener Kraft. Wie sonst hätte ich den Söhnen des Tobenden entkommen können? Doch es ist vergebens. Ich ließ meinen Freund, einen anderen Priester des Herrn der Wahrheit, zurück. Ich kümmere mich darum. Dann könnt ihr mir eure Geschichte erzählen. Ja. Versucht sie zu verscheuchen. Der Herr der Zwietracht erfreut sich nicht an vergossenem Blut. Ein Krokodil verscheuchen? Ich... Wartet hier. So, fertig. Oh, hier sind ja noch mehr. Ist das euer Ernst? Ich hab keine Pfeile mehr. Oh! ich will hier aber nicht runter ist ja auch nur ein zuerstegen Was? So ähnlich. Kommt runter. Wie? Ich brech mir mal. Nein, nur nicht zaudern. Mut, Gattin des Verborgenen, verleihe deinem Diener Flügel. Halte, ich glaube nicht. Wer hat es überlebt? Hast du meinen Sprung gesehen? Der Heuhaufen! Amun hat ihn gewürgt, um meinen Fall zu bremsen. Sicher. Sag sie. Was machen die Priester des Amun so weit entfernt von Theben? Senni, ich will dich nicht beunruhigen. Aber die toten Pharaonen sind zurück. So sagt man. Onos und ich wollten ein heiliges Ritual für Amun durchführen, um die Lande vom Fluch zu befreien. Doch wir wurden auf der Straße von Banditen überfallen. Ich muss gestehen, dass ich feige floh. Ohne ihn? Glaubst du, sie haben Onos getötet? Bei Amun, sie haben ihn getötet! Ruhig, Priester. Ich werde nach ihm suchen. Wir waren auf dem Weg zur Spitze des Berges. Dort warte ich auf dich. Amun, sei Dank, Ellie. Bleib stark, Onos. Warum riskieren Banditen Amuns Zorn? So, Tier getötet. Herstellung verfügbar. Na, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich weiß. Erstmal will ich gucken, was da ist. Halt! Bleib stehen! Diese Zone ist tabu. Ich spreng dich um! Mach rein, komm! Komm mal auf die Klasse! Dann muss ich sowieso, zu Hause gehen. Na, ich blü Amber! Oh, ich bin bald Level Up, wenn es noch ein Level Up gibt und ich glaube schon. Bitte was? Oh nö! Jalla jalla! Scheiße! Welcher Vogel?! Verpisst euch! Au au! Ich will nicht wegen so nem Scheiß jetzt sterben! Bin ich aber... Alter, was... War das gerade critical? Warum kommen dann so Reiter? Reiter sind das Schlimmste überhaupt. Weil man die auf dem Pferd nichts wirklich anhaben kann. Es sei denn, man reitet selbst. Wir kommen da wirklich erstmal hin. Ich hoffe, das war's nicht. Ich muss mal runterklettern dafür. Das muss da oben sein. Hm. 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 Okay, das hat Glück. Yay, level 1.50. Ich glaube, mein Essen ist da, deswegen gehe ich jetzt mal kurz runter und gucke mal nach, wo die bleiben.